hallo und herzlich willkommen zur faszination modelleisenbahn heute geht es mir darum euch zu zeigen wie es bei mir so aussieht ich muss hier unheimlich aufpassen denn hier ist richtig baustelle von modelleisenbahn ist jetzt hier nicht viel zu sehen aber von baustelle umso mehr da hinten in der ecke da ist noch ein bisschen was an eisenbahn aber man sieht hier auch schon die ganzen möbel die ganzen unterkonstruktionen für die neue anlage mir wäre es lieber ich wäre schon ein stückchen weiter es ist eine kleinigkeit dazwischen gekommen ihr seht ihr schon die ladung und hier habe ich mal probeweise dem material gestrichen um zu sehen ob ich das xps direkt streichen kann oder ob ich das grundieren und anschleifen muss und dabei habe ich festgestellt das muss man das muss man anschleifen weil so wie hier wo es angeschliffen ist deckt das sehr schön und hier wo es nicht angeschliffen ist da kann es zur abplatzung kommen aber das ist kein problem das hat eine fleißarbeit das mal als kurzer zwischenstand wenn die decke fertig ist dann wollte ich anfangen mit der anlage mit der unterkonstruktion bis dahin eine schöne zeit tschüss der michael